So, jetzt haben wir ein paar neue Nahkämpfer, das war das stärkste, was wir haben. Äh, wieder ein Patzer Malma raushauen. Und ja, bevor wir Werfer ausbilden, müsste ich sie erstmal upgraden. Alles andere habe ich ja schon Upgrades. Also, ja, bumifizierte Waffenmeister müssen etwas garstig werden. Deswegen brauchen wir gute Truppenstärke. Wie gesagt, auch ein paar Schleuderer dann. Was wollen die? Ich werde mal vier Raufbollen, den Auftrag geben und sie hier bei dem Felsschleuderer noch stationieren. Einfach damit wir was haben zum Schutz. Wenn da nämlich wieder zwei Gegner... Es kommen zum Glück nur immer zwei aus der Höhle hier. Lalland und Höhlen sind ja nicht relevant mehr. Sollte aber die Türme auch mal reparieren. Was ist? Darf ich töten? Auch gut. Was? Wie? Schlechter erhöht, er hält größere Keule. Haben wir gemacht, aber er hat immer noch nur die zwei Kleinen. Zumindest kriegen wir jetzt Nahrung und Mast durch die gehäuteten Kämpfer. Also hier sehen wir mal wirklich, wo der Leichensammler nützlich ist. Geht's los? Auch gut. Unsere Stadt! Brüder, helft mir! Darf ich töten? So, zerhaut ihn. Ja, den Wanderl. Ich weiß nicht, Gott! Gut! So, wir haben genug, um die Werfer noch abzuwenden. Verbesserung fertig! Was denn? Was denn? Was? Wie? Geht's los? Was ist? Wir können auch schon mal das hier machen. Wir können auch schon mal das hier machen. Wir können mit der Nahrung, die wir jetzt haben, nochmal einen Wies rufen. Also Eisenschnäbel. So. Jetzt brauchen wir noch 200 Eisen. Oh! 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 Also ja, wir kommen langsam und Eisen, aber... Ganz ehrlich, wenn wir mehr Champions ausbilden wollen, da bräuchten wir Hilfe von anderen Völkern. Wir sollten uns da eher auf... Fast schon auf Vernichter fokussieren. Und natürlich auf Werfer. Also ich kann noch 5 von denen auf jeden Fall ausbilden. Und dann 5 von denen. Ein paar Berserkern, ein paar Zermalmer. Vielleicht eher ein paar Vernichter, doch eher. Also ich mag die Map im Allgemeinen. Das mit dem Riesen war jetzt ein bisschen doof von ihr. Weil ich nicht gesehen habe, dass bei ihnen anklicken konnte. Ähm... Geht's los? Aber ja, ansonsten ist es ne... Es ist halt... Reine Troll-Map. Hier ist alles abgebaut. Wow. Hier auch. Puh. Holz scheint es wenigstens noch zu geben. Auch wenn dadurch, dass die Wege höher sind, die Produktion langsamer ist. Also 50 Trolle sollte ich zusammenkratzen. Oh nebenbei. Ich kann ja jetzt... Genau. Den Krieger austauschen. Wo kommen die her? Hm? Auch gut. Verschwinde! Erf! So viel haben die gar nicht einstecken müssen. Erf! Auch gut. Erf! Ja, Abkrieger getauscht. Jetzt muss ich ihn nur rausrüsten. Also erstmal nach ganz hinten, dass er... ... ähm Amras Rüstung wiederkriegt. weil die ist halt recht gut. Die Ringe sind eigentlich auch nicht schlecht, soll ich sie gerade behalten. Was für ein Krieger. Große und Schilde. Okay. Gartenhelme oder können wir dir was Besseres? Ja, wir können dir den Templar-Helb geben. So. Ah, Waffen-Messi. Sturmbrecher? Sag mir jetzt nicht, wir haben keine Einhändige. Wir haben keine Einhändige. Schwere Waffe, die er benutzen könnte. Was wollen die? Okay, wir haben nur den Eissenschlabe verloren. Was ist? Genau, totet den Mana-Brecher. Was wollen die? So. So. Äh, Verdichter? Äh, Na gut, dann müssten wir den erstmal so ausrüsten. Was irgendwie gerade schade ist, dass wir keine Einhändige... Ja, alles Stufe 13. Müssen wir mal bei einem Händler gucken, ob wir eine Zwölfer finden. Kaufen wir endlich mal was bei einem Händler. Was ist? Okay, Vernichter, Böse. Habe ich denen irgendein Upgrade gegeben? Ah, Vernichter enthält Waffe, die Mana entziehen kann. Auch gut. Ich glaube, wir machen uns die Mühe und warten noch, bis wir die 500 Eisen zusammen haben. Bei so vielen Leuten sollte das ja einigermaßen gehen, damit wir nochmal Champions raushauen können. Und damit 50 Trollen sollten wir stark genug sein. Geht's los? Wobei, es sind ja nicht 50. Die da zählen ja sechs weniger. Sind nur 40 Trolle. Könnten da theoretisch warten, bis die Leichensammler genug noch gesammelt haben. Und Jagdwild gibt's ja auch noch, zum Glück. Aber ich glaube, das Level-Up kostet ja 2000. Das könnte eine Weile dauern. Auf der anderen Seite wollen wir aber eine gute Armee haben, weil der Feind wird hartnäckig sich verteidigen. Da nicht töten! Was? Wie? Und Trolle sind zwar super stark, aber ziemlich wirtschaftslarm. wirtschaftslarm. Deswegen ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen. Die sollen weggehen! als vorzustürmen und zu viele Verluste zu erleiden. Und ja, den Titanen sparen wir uns, weil ja Arbeit! Die Titanen sparen wir uns, weil ich finde der Urgeist irgendwie der schwächste Titan. Vor allem ziemlich teuer. Gerade an Holz. also ja, sammeln wir die Ressourcen zusammen, dass wir nochmal fünf Schleuderer und fünf Champions dann ausbilden können. bei Eisen ist echt nicht das Problem, also die Menge an Eisen, die wir haben hier, sind halt nur die Geschwindigkeit, aber wir müssen dann eh warten, bis wir noch die Nahrung zusammen haben. Wo kommen die her? Die sind in der Stadt! Du sollst aufhören, meine Gebäude zu bombardieren, du Mistkerl. und verschämt halt. So, wir haben genug für fünf Champions. bis jetzt.